na dennis wollen wir gleich noch mal zum abschluss ein zwei runden dbd zocken so zum abschluss glaubst du nicht dran troll gewollt warum nicht aber wir haben doch alle in der seele muss ja nicht speichern das heißt ich geh jetzt irgendwo hin weil ich bin ja jetzt ja im fokus ich muss ja eigentlich nur stress anfangen nahtod okay dennis ja nein vielleicht obwohl ach so ja ich kann meine kopfhörer nehmen weil mein herz ist komplett leer obwohl es geht nicht aus na ich bin mal gespannt wann es ausgeht es kostet du mich auch ich spiele auch alleine ein zwei runden ich habe gerade irgendwie bock noch mal zum zum ende musst du wissen na wirklich nur ein zwei runden reicht also wenn ich alleine jetzt ja eine teufelische auf jeden fall ja aber auch teufel haben vielleicht seele ja ich bin ja auch noch im spiel jetzt haben wir ja wir haben die zwölf stunden voll gemacht ich bin aber auch fritte im kopf jetzt ne ich sag's euch so wie es ist ich weiß nicht wie manche das machen können so immer ständig 24 7 durchzocken oder dieses ständige live stream ich würde mich auch unwohl dabei fühlen mal ständig gefilmt zu werden auch beim pen und so jetzt bin ich gespannt das mit den söldnern ist noch gleich geblieben ach du bist lächerlich ich krieg schaden okay gut dass das heißt es ist vorbei ich bin nicht mehr unsterblich schade das heißt es hat sich auf voll gelohnt heute so dann würde ich sagen jetzt die nachbarn wach ja richtig ich habe doch keine mehr die sind noch nicht eingezogen ich wünsche euch noch einen schönen abend ich bin jetzt fritte im hirn das reicht die woche ist vorbei danke fürs zuschauen waren ja heute einige hier hat mich gewundert vor allem bei assassin's creed hat mich das gewundert ich wünsche euch noch einen schönen abend gute nacht und ja genauso richtig tschau Vielen Dank.